Die WM 2022 ist mit Argentinien als neuem Weltmeister beendet und dementsprechend werde ich euch heute mein Team des Turniers präsentieren. Die 11 besten Spieler, meiner Meinung nach, die halt am besten performt haben. Ich habe ja auch ein Team der Gruppenphase gemacht, leider habe ich da zeitlich kein Video hinbekommen. Ich habe es dennoch gepostet und blende euch das hier auch nochmal ein. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass 5 Spieler aus dem Team der Gruppenphase auch im heutigen Video dabei sind. Und wir fangen dementsprechend direkt mal an auf der Torhüterposition. Also ich nenne euch immer den, den ich genommen habe pro Position und auch ein paar Honorable Mentions, also wer auf jeden Fall sich verdient hat erwähnt zu werden. Ich spiele in einem 4-2-2-2. Ich würde sagen wir starten. Im Tor hatte ich in der Gruppenphase noch Szeszny, der ist aber relativ früh ausgeschieden und war jetzt auch gegen Frankreich nicht ganz unschuldig daran. Dann gibt es noch Bono und Livakovic von den beiden Überraschungsmannschaften, die auf jeden Fall geglänzt haben. Aber ich fand es ihn dann doch nicht ganz so überzeugend wie Emiliano Martinez von Argentinien. Wirklich ein überragender Elfmeterkiller, aber auch wirklich richtig stark auf der Linie im 1 gegen 1. Und einfach ein geiler Typ, wie ich finde. Viele mögen ihn nicht. Ich glaube, er ist so ein Typ, den mag man oder hasst man. Aber für mich auf jeden Fall der Torwart des Turniers. Kommen wir zur Rechtsverteidigung und da gibt es für mich eigentlich nur eine Option und keine wirklichen Alternativen. Und das ist Ashraf Hakimi. Der hat für Marokko auf jeden Fall solide gespielt. Er hat mich jetzt auch nicht hundertprozentig überzeugt. War auf jeden Fall gut, will ich nicht leugnen. Aber da fehlen auch so ein bisschen die Alternativen, wie generell aktuell im Weltfußball, auf den Außenverteidigerpositionen. Und das werden wir auch gleich auf der Linksverteidigung merken. Aber zunächst einmal gehen wir in die Innenverteidigung. Und da ist einer meiner Meinung nach auf jeden Fall gesetzt. Und den haben eigentlich auch fast alle in ihrem Team des Turniers. Und zwar Joschko Guardiol von Kroatien. Wirklich seine erste Weltmeisterschaft hat er alles wegverteidigt, bis auf Messi. Aber das schafft eigentlich keiner. Und dementsprechend auf jeden Fall verdient hier drin. Kompletter Innenverteidiger hat es sich verdient. Und der zweite Innenverteidiger ist dann dementsprechend ein Rechtsfuß, den ich ausgewählt habe. Und zwar Dayot Upamecano von Frankreich. Ja, da gibt es denke ich mehrere Optionen. Zum Beispiel einen Thiago Silva hätte es sich verdient. Auch einen Harry Maguire, bin ich ganz ehrlich. Werden jetzt viele widersprechen. Aber der hat echt ein stabiles Turnier gespielt. Ich habe mich letztendlich für Upamecano entschieden. Generell ist er sehr spielstark. Einer der besten Innenverteidiger am Ball. Und ich finde auch, er hat gegen den Ball auf jeden Fall überzeugt. Und was ihn ja oft ausmacht, die katastrophalen Fehler, hat er eigentlich keinen wirklich drin gehabt in der Weltmeisterschaft. Nun die Linksverteidigung und da habe ich glaube ich einen Call, den so keiner hat auf der Position. Ich sage mal die Optionen. Da gibt es klar einen Theo Hernandez, der offensiv überzeugt hat. Defensiv jetzt nicht so wirklich. Dann gibt es einen Jordi Alba, der halt mit Spanien nicht weit kam. Aber er persönlich war extrem gut. Und es gibt dann auch noch einen Acuna, der bei Argentinien schon überzeugt hat. Aber jetzt auch nicht wirklich ganz viel Spielzeit hatte. Und auch nicht überragend war. Und dementsprechend habe ich da so ein bisschen gemogelt. Nämlich habe ich Ivan Perisic auf die Linksverteidigung gestellt. Aber wirklich gemogelt ist es ja eigentlich nicht. Denn er hat sowohl im Halbfinale nach der Umstellung Linksverteidiger gespielt, als auch im Spiel um Platz 3 hat er das komplette Spiel dort gespielt. Und ich finde er hat es auf jeden Fall verdient. Klar er war öfters ein Offensivspieler. Aber da hat er überzeugt und auch gegen den Ball war er stabil. Kommen wir ins Mittelfeld. Und da habe ich das aufgeteilt in einen Sechser und dann in einen Achter. Und wir fangen an mit dem Sechser. Da habe ich mich entschieden. Und ja, das ist eigentlich relativ offensichtlich, würde ich sagen. Nämlich für Amrabat von Marokko. Ich habe ihn jetzt schon öfters gelobt. Genialer Spieler in dem 4-1-4-1-System. Gegen den Ball hat er wirklich alles abgeräumt. Und mit dem Ball war er auch wirklich gut. Hat gute Pässe nach vorne gespielt. Und ist deswegen mein Sechser. Aber man sollte da auch noch einen Casemiro erwähnen. Der auf jeden Fall auch seinen Job wie immer stabil gemacht hat. Und einen Chua Meni. Auch wenn er im Finale jetzt nicht so stark war. Hat er overall dann doch ein solides Turnier gespielt. Auf der 8. Position ist die Auswahl dann eigentlich so groß wie sonst auf keiner Position. Letztendlich habe ich mich dann für jemanden entschieden. Der den Großteil des Turniers eigentlich als Sechser gespielt hat. Aber im Verein halt auch Achter ist. Und zwar Enzo Fernandes. Wurde ja auch ausgezeichnet als bester junger Spieler des Turniers. Und das ist absolut verdient. Ich bin riesen Fan von ihm. Ist extrem defensiv stark. Wenn er als Sechser gebraucht wird. Aber wenn er als Achter spielen darf. Dann zeigt er auch seine Akzente nach vorne. Hat einen guten Schuss. Kann die Bälle gut verteilen. Und deswegen auf jeden Fall verdient hier drin. Aber ich möchte dennoch noch die Alternativen erwähnen. Ohne die jetzt groß auszuführen. Und zwar Frenkie de Jong von der Niederlande. McAllister ebenfalls von Argentinien. Bin ich auch großer Fan. Dann Modric bzw. Kovacic von Kroatien. Auch ein gutes Turnier gespielt beide. Und der Mittelfeldpartner von Amrabat. Nämlich Unai. Der ist auch sehr jung. Aber als Box-to-Box-Mittelfeldspieler hat er extrem überzeugen können. Kommen wir nun also zu den zwei Zehnern in meinem System. Aber davor möchte ich noch die Flügelspieler erwähnen. Beziehungsweise den einen. Wirklich viele habe ich da jetzt nicht gesehen. Die krass überzeugt haben. Aber Hakim Ziyech muss auf jeden Fall erwähnt werden. Und das habe ich hiermit getan. Ja und für den Flügel könnte man vielleicht noch Vinicius Junior erwähnen. Fällt mir gerade einfach so noch spontan ein. Und nun mein rechter Zehner in dem System ist eigentlich auch Pflicht. Dass der in dem Team ist. Nämlich Antoine Griezmann. Wirklich in einer quasi Achterrolle. Extrem überzeugt. Wirklich als Kreativspieler. Ohne jetzt ganz vorne zu sein. Mit vielen Schüssen. Und auch gegen den Ball war er defensiv extrem stark. Und hat viele Bälle abgefangen. Und mein linker Achter ist jetzt so ein bisschen kontrovers. Denn er ist der einzige Spieler in meiner Mannschaft. Der nicht über das Viertelfinale hinaus kam. Und das ist Bruno Fernandes von Portugal. Aber ich muss sagen. Er hat wirklich ein extrem überzeugendes Turnier gespielt. War in jedem Spiel eigentlich. Wie ich finde. So mit der Beste bei Portugal. War vor allem als Vorlagengeber extrem stark. Und hat sich einfach in den Dienst der Mannschaft gestellt. Konnte leider auch nicht das Aus gegen Marokko verhindern. Auch wenn er die Latte getroffen hat. Aber meiner Meinung nach gehört er doch auch in die Elf. Oder sollte zumindest erwähnt werden. Und nun die zwei Stürmer kann ich eigentlich direkt auflösen. Weil die muss jeder drin haben. Es ist komplett offensichtlich. Es sind die zwei Stars des Turniers. Die auch das Finale geprägt haben. Im Vorhinein. Aber auch im Spiel. Und zwar links Kylian Mbappé. Und rechts Lionel Messi. Ja die haben beide nicht wirklich Stürmer gespielt. Aber ich denke das kann man schon so machen. Muss ich nicht viel ausführen. Aber ich erwähne noch ein paar andere Stürmer. Die da stehen könnten. Oder erwähnt werden sollten. Nämlich zum einen Giroud von Frankreich. Und auf der anderen Seite Alvarez von Argentinien. Und Harry Kane sollte man da auch nicht außen vor lassen. Hat vor allem als Vorlagengeber geglänzt. Bei dieser Weltmeisterschaft. Auch wenn das Ausscheiden aus seiner Perspektive. Natürlich sehr unglücklich war. Das also soweit. Mein Team des Turniers. Für die diesjährige Weltmeisterschaft. Im Winter. Was sagt ihr zu meinem Team? Schreibt mir gerne eures in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.